Du Scheiße, jetzt muss ich ja auch mal arbeiten. Okay. Sebastian Alleskönner. Nicht nur Polizist. Nicht nur Polizist, sondern auch Gasabdreh-Mensch. Handwerker. Nicht gut. Gar nicht gut. Das war doch schön. Ich sag ja, diese Bolzen sind gar nicht mal so verkehrt, wenn man richtig trifft. So, aber ich drück mich mal wieder davor, in einen dunklen Gang zu gehen. Wer hätt's gedacht? Und der Typ, der hier ewig die ganzen Lämpchen hinstellt. Ich möchte mal wissen, was der so als Stunnenlohn hat. Was liegt hier? Oh, Munition. Auch was sehr Typisches, was man so in Kirchen findet. Ja, wie ich schon bereits sagte, links eine Tür, rechts eine Tür. Hier fehlt noch was, da fehlt noch was. Ergo, wir gehen wieder nach Hause. Und hier schon wieder so dunkel. Mimimi. War das übersteuert? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Mann, jetzt stirb doch mal! Ja, du riechst die. Sie sind in der Nähe. Vor allen Dingen fällt's dir schwer, dich zu bewegen. Geh doch in Rente, echt. Äh. Nennt mich verwirrt, aber sind wir nicht... Sind wir nicht hier reingekommen? Das passiert erstmal nichts. Und sieht jemand? Was, was, was? Warum? Was ist das denn hier? Äh. Ist das ein Drahtseil oder was? Interessant. Da steht ein Seil. Nein, ich guck nicht genervt. Ja, genau. Ruhe dich erstmal aus. Ruhe dich aus. Ist überhaupt kein Thema. Nachdem wir uns kurz ausgeruht haben... Mensch. Also ich bin ja schon nicht sportlich, ne? Aber für so einen Polizisten da... Ich sag jetzt immer Polizist. Ich find das lustig. Ähm. Ist hier drüben? Nichts mehr? Höh! Oh, meine Herren, ey! Alter! Mach das doch nie mit mir! Mann! Ich bin empfindlich! Keine lauten Geräusche in meinem Rücken! Scheiße! Mann! Toll! Jetzt ist zu! Jetzt... Ich wollte gerade sagen Schienen und da hinten ist Feuer und dann ist hier zu und... Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind jetzt hier eingesperrt. Puh! Fuck! Och ne, ich hasse was auf Zeit. Was, Sebastian? Nimm doch mal deinen Kürbis aus dem Bild, echt. Und Josef prescht da vorne schon voll nach vorne. Da vorne voll nach vorne. Oh, scheiße. Ich hab doch den Bolzen ausgewählt, verdammte Hacke! Also, einmal drücken. Langsam. Zweimal drücken. Uff! Ah! Hab ich ihn mal gleich angezündet. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Da ist schon was dran. Wie geil ist das denn? Ihr seid Muus! Ihr seid Muus! Muus! Wie schön! Guck mal, da tropft es noch runter. Oh! Da ist einer dran hängen geblieben. Och, wie schade. Da auch. Oh! Das ist wie so Kuchenteig, den muss man... Na, vergiss das. Nichts. Nichts. Toll. Jetzt dachte ich, ich hätte was gefunden. Äh, können wir jetzt hier einfach wieder runterspringen? Ah, alles gut. Beide Fußknüchel gebrochen, aber... Läuft. Ich drehe immer so den schönen Kopf mit hin und her, als ob man da besser was sehen könnte. Aber, ähm... Ich glaube, das ist nur Einbildung. Ich denke, wisst ihr? Tut ein bisschen weh, aber... Kann man ja mal machen. Hier haben wir noch nicht geguckt. Ich... Ich komme gar nicht dazu, meine Gedanken auszusprechen. Ich wollte gerade sagen, ach nö, Leute, das sieht nach Arena aus. Aber schön zerfetzt. Alter. Das ist mich verarschen, echt. Hilft uns das? Nein. Aber... Was man kann, kann man, ne? Das ist mir ein bisschen suspekt. Dann hast du auch noch überall immer Busch. Und dann ziele ich auch nicht richtig. Lauf mal schneller. Lauf schneller. Danke. Juten Tag. Ich bin der Sebastianos. Sie werden eliminiert. Ohohoho.